Ein Russland-Experte ist das Transportunternehmen Fesco Northwest Europe, ansässig in Rotterdam. Fesco bietet noch weitere Dienstleistungen, etwa Tür-zu-Tür-Containerdienste weltweit. Fesco Northwest Europe ist der Vertreter der russischen Fesco Transportation Group. An diesem Standort arbeiten wir in einem Team aus 19 Mitarbeitern. Sie arrangieren alles für die Kunden, aber auch für die Reedereiabteilung unserer Gruppe. Es ist das kaufmännische, operative und Verwaltungszentrum für Nordwesteuropa. Wir sprechen Kunden an, wir inserieren, wir akquirieren also Ladungen. Dafür arrangieren wir neben Sehtransporten auch den Vor- und Nachlauf. Unser Ladungspaket besteht vielfach aus Pharma-Material, Rohstoffen für die Industrie, aber auch aus Endfabrikaten, zum Beispiel Elektronik. In Italien verschiffen wir zum Beispiel Badezimmerkacheln, alle Produkte rund ums Haus verschiffen wir in Containern. Für uns am wichtigsten, den Herausforderungen, vor denen wir stehen, müssen wir uns stellen. Zum Beispiel Sanktionen, Abwertung des Rubel, Kaufzurückhaltung in Russland. Wir haben alle Aktivitäten von Fesco auf diesem Gebiet im Blick. Wir könnten in Deutschland durchaus mehr Ladung akquirieren, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wir können in Deutschland mehr Ladung akquirieren, als wir in den Vergangenheit getan haben.